Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ingame Aufnahme von Battlefield 4. Viel Spaß und hinterlasst eure Kommentare. Dürfen eigentlich Werbung machen für den Splatoon hier oder gibt es hier bestimmte Voraussetzungen? Klar, ganz erst. Wie ihr seht, Leute, Zuschauer hier, wir spielen jetzt wieder im EFS-Platoon. Ja, das ist aber unser. Aber das ist nicht unser, also... Das ist von hier mit den Leuten nicht mehr zusammenspiel, der Extreme bleibt ja auch dazu. Da gibt es einen Hinnleiter und die Schrauben sind immer schon mit aufgenommen. Und die sind halt auch sehr gut, die Leute. Wie gesagt, es ist aber nicht zu vergleichen mit dem GPS. Das ist unser. Da dürfen alle drauf. Da dürfen alle drauf. Ah, ich fall runter. Okay, wir haben auch noch einen. Ich hab die meisten drauf drin. Ja, und da sind wir auch meistens drin, also das ist... Ja, nur zur Erklärung. Aber das ist der Spielplatz für alle Abonnenten der GPs. Ja. Der EFS hier ist nicht... Kompetitiv, ja. Ist nicht so offen. Da muss man schon was... Da muss man schon ein bisschen was... Da muss man schon eine 0,2 KD haben. Also da geht nichts. Ja, also mindestens eine 0,15er haben wir... Wenn ihr nur 0,14er habt, sorry Leute. Ey, Mann, der klickt auf dem Dach. Ganz oben am M32FL. Ja, ich hab nur zwei. Ganz oben auf dem Dach. Ja, ich geh jetzt mal hoch. Also ich kann ja bei denjenigen, wenn ihr ins Gegner-Team geht und mit anderen, die zu euch wollen, diese KD bekommen. So. Ich stell mich zur Verfügung. Ja, man kann sich da... Ja, genau. Ich biete meine Dienste an. Richtig. Zum Sterben oder was? Komm, du willst ja wieder Opfer spielen. Aber wenn du einen EFS-Clan-Tag davor machst, dann wirst du leider Gottes zu gut spielen. Weil das EFS-Clan-Tag, das bewirkt Wunder. Hebt dich. Ja, das hebt dich direkt. Also manche andere Gegner sagen ja, wir würden cheaten. Ja. Aber das ist das EFS, das verstehen die nicht. Das ist... Ich meine, die sind ja auch nicht drin, ne? Also... Da zieht man halt durch, wenn man das EFS reinmacht, ne? Dann auf einmal geht's los, ne? Dann spielt man so ein Kribbeln und dann hat man ne... Vor allem, da hast dann auf einmal, hast du dann ein Schutzschild an. Das goldene Schutzschild hier von, äh, von Quake, ja? Ja, das mit 130 schaltet man jetzt das Silberne frei. Und dann geht das EFS davor, das transformiert sich dann zum goldenen. Ja. Das ist dann, ja. Ich hab das blaue Schutzschild von Quake. Ne, das war kein Schutzschild, das war so ein Angriffsding. Hast du das Quake gespielt? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Das blaue war doch hier so ein Angriffsfall. Ja, aber wir haben... Also wir haben extrem viel Elite Force gespielt. Achso. Oh ja, das hab ich... Elite Force... Das war... Ich hab überlegt... Wir sollten unbedingt Elite Force wieder auflegen. Und dann auch mal einen Film drehen. Das wäre geil. Das wäre echt cool. Mit dem du spielst immer noch ab und zu. Alter, der William. Der ist ja mit 60 Minuten im Eck am Schimmeln. Kann nicht wahr sein. Weil der Server gefällt. Der Spiel ist immer noch ab und zu. Der Server läuft, glaub ich, auch noch immer wieder. Elite Force Server? Ja, ja. Ich glaub, dass der immer noch ab und zu läuft. Weil die mir manchmal gesagt hat, der spielt manchmal doch. Ah, den müssen wir unbedingt mal machen. Das Spiel gar nicht. Kann man das, muss man das kaufen? Oder ist das schon mittlerweile viel zu drängen? Das, äh, glaub, muss man doch gar noch kaufen. Ich glaub, da gibt's ein Daumen im Internet. Das ist alles noch kauf. Weil das gibt's gar nicht mehr. Ich glaub, das ist, äh, das... Kannst du dir irgendwo so eine Datei runterladen, da wo du dir das... Ah. Oder ich hab die noch irgendwo auf der Festplatte. Ja, draußen hab ich gar kein Key mehr oder sowas, ne? Oh. Hab ich irgendwann auf der, auf einer kleinen Diskette noch ein Key mehr. Irgendwie alle schlecht, ne? Genau, auf einer Diskette. Auf der Floppy. Auf der Floppy. Hab ich eigentlich noch einen Diskettenlaufwerk? Nein. Hab ich gar nicht mehr. Dann muss ich dir Dirty sagen, dass du kein Laufwerk mehr hast. Hab noch nie mit ein Diskette irgendwas gemacht, ne? Lustig, ich hab noch nie eine Disk... glaub ich doch. Hab noch nie eine Diskette... glaub ich doch. Hab noch nie eine Diskette mein PC angelegt, glaub ich. Ach so, ihr seid noch so jung. Wir sind noch frisch in Deutschland. Das ist so, wie ich immer sag, die Kinder im Kindergarten. Weißt du, da haben wir dann dieses Vorschul-Spiel. Das ist auch noch die uralten Bücher teilweise. Und die sitzen dann da und sitzen dann da und dann soll sich da... Dann sollen sie erkennen, dass das eine Schallplatte ist, der auf so einem Schallplatten-Spieler drauf soll. Und dann das eine Kind saß damals dort und sag ich, ja was ist das? Also was ist das für ein Bob da oben? Ne, er hat dann irgendwann so aufgeschaut und hab mich angekuckt und hat gesagt, schwarze CDs. Ja, das ist ganz spezielle Brennungen. Aber Markus, es läuft bei dir, ne? Es wird dann speziell gebrannt. Bei mir läuft das nicht. Äh, Leute, B. B. Ja, ich bin tot. Bei mir läuft das nicht. 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 Okay, 4. Doch nicht so einen Dicken, oder? Ja. Ne, ich hab gerade einen Fendick. Oh, Leute, bitte, bitte retten bei B. Oh, danke. Den hab ich wirklich viel zu spät gesehen. Ich spiel auch grad die AC 23, also schlechter geht's grad echt nicht. Das ist aber echt für mich, aber ich muss auch schämen bisschen. Aber ich muss dir ein bisschen zeigen, wie das halt läuft, ne? Aber... Ich spiel die F2000. So einen Dicken hat hier. Hat A52. Ja, die ist ja genauso. Bei C sind auch ganz schön viele... Männchen. So viel Rife von Random. Ich glaub ich nicht. Welchen Tag haben wir heute? Boah, der William, denn? Du gehst mir so... M60. Das kannst du mir nicht erzählen, der Typ, ne? Sitzt im Panzer... Geil! Airburst! Der hat mich mit der Airburst geholt. Ihr glaubt's nicht. Doch, das glaub ich dir, Sarah. Extreme! Ne. Oh, ist der Alte, aber? Oh, komm! Ich glaub ich mal, der Hecht ist mir recht froh. Der sitzt immer auf dem Panzer, so der M60. Das kann nicht wahr sein. Ich muss den Keller. Gefort. Ich hab einen bekommen. Ganz so auf die Schnauze, du. Alter! Die Eier, Dinkel! Warte! Den Panzer hab ich auch! Den gehst du nicht weniger dann? Den... Also beim Eis ist das so. Den Panzer... Den Panzerhocker hab ich. Ja, der Panzerhaucker mit seinem Dicken M60. Der mit seinem Krügelteil da. Hä? Ich meinst du auch den Dicksten hier, ey. Der hat der ja auch. Ja, eigentlich hat er den Dicksten gespielt. Ja, ist der Dickste. Irgendwie war der Harmsgangs. Krängelmann hier, ey. Muss auch mal auf. Ey, komm mal! Ganz im Ernst! Hier steht oben... Ah, was da oben steht? Ich bin tot. Ich bin tot. Jetzt bin ich von dem anderen erschossen worden. Der oben! Ne, Quatsch mit der, ne. Der auf der anderen Seite oben steht's. Aber was ist das für Camper? Echt? Ich hab' zwei Stück jetzt da oben. Ja, das war richtig schlecht. Was ein Lobob. Ja, der William Margot. Der geht nicht auf dem Sack mit dem dicken Krängel da. Ja, der hab' ich jetzt das erste Mal geholt. Nur am Gammeln. Ich hol' dich mal wieder Margot. Naja, ich hab's geschafft. Jawoll. Sehr zu geil, Leute, ne. Sehr zu geil, ja. Eine KT von zwei wenigstens halten. Ich hab' gerade eine KT von zehn. Ich hab' gerade eine KT von zehn. Nein. Äh, KT von zwei halten. Die KT halten, dass du ein Zweier-Death hast, meine ich. Das ist so nix. 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 Zweier-Death halten. Äh, also Chubby ist nicht mehr. Jetzt hab' ich nur noch eine Siebener-Quote. Kacke. Schlecht haben wir's, ey. Der Mann, ich werd' langsam so schlecht wie der Nightro. Haha, ich werd' jetzt so langsam so schlecht wie der Nightro. Na gut, der hat das nicht gehört. Wenn man die Gurgel springt. Sind so viele bei... Was ist das? Charlie, Charlie. Charlie ist die Gude, du. Da ist echt Buddy. Boah. So als Empfehlung... Nailed' dann auch mein Leichen. Nailed' dann auch mein Leichen. Naja. Das war jetzt ne blöde Aktion. Boah, wär' ich mir lieber hinten runtergesprungen, hätte ich mir lieber von denen genommen. Ganz viele. Na, wo sind sie denn? Um auf dem Dach. Bei C. Boah, da komm' ich nicht hin. Wie soll ich... Ich kletter mal ne Leiter hoch. Ja, die sind alle auf dem Dach. Immer auf A rein. Ah, C können wir einnehmen. Perfekt. Ja, unten drin. Da könnt ihr auf dem Dach glümmeln und lungern und machen. Die kommen von C zu... äh, von A zu C. Oh Gott, durch den Keller immer noch. Oh Gott. Hä? Wo wusste das? Da ist noch einer in der Ecke. Ich glaub's nicht. Wo denn? Auf meiner Leiche. Auf meiner Leiche. Lecker? Auf meiner Leiche. Super, danke. Anderns kurz verlegen. Lass' mir liegen. Habe ich doch geholt. Achso. Ja, ich bin halt sozial, ne? So, jetzt hör' mir Leute. Wir müssen mal Punkte holen, Leute, Leute. Nächste, ne? Wisst ihr? Das ist das EFS Deck. Das hat mir schon wieder... Geläuft hat, ne? Man, der Mann... Mann, non, non, non x 0, da Mongo. Macht hier einer mit... Macht hier einen Motor Strike rum? Habe ich das jetzt richtig gehört? Ja. Ja, ich hör' hier einen Plopper. Was? Hier ist einer am Motor Strike. Achso, okay. So Leute, geht mal... Ja. Lass' uns mal alles so rein. zu B gehen. Wo ist denn B? Ach, da außen. Wir holen hier einen auf dem Dach, aber... Oh nein! Auf dem Dach ist ein Motor Strike. Die sind gut. Ich leck mich fett, die sind gut. Alter, die Motor Strike sind hier rein. Die Motor Strike sind hier rein. Hier mördert einer. Ja, sag ich doch. Motor Strike. Ja, ich nutze erst mal selber. Ich nutze erst mal selber. Also ganz im Ernst, der will die im ECT. Eben bei unten bei A-Spot, was lag C4. Was war das denn für eine Nub-Aktion? Alter, der Shadow bei uns im Links muss aber geht aber mächtig ab hier, ey. Der Shadow bei uns im Squad geht aber gut ab. Naja, sind noch nicht kompliziert, die Gegner. Ja, ich geh nicht ab. Oh Gott. Spiel mal weg. Das ist der Vorführeffekt, ey. Wenn wir mal aufnehmen, reiß ich nicht. Ja, das ist lustiger, wenn wir aufnehmen, dann reiß ich mal was. Ich wollte nur verkacken, ey. Oh Scheiße. So richtig schlimm, heute. Alter, dieser Will hier mit so einem dicken Klingel, das kannst mir nicht erzählen. Ja, die Sprayt einen damit so krass weg. So, ich seh mal rein. Die sind echt da oben, die ganzen Arzt halt auf Dach, ne? Die Dappen da. Ja. Oh nein, scheiße. Auf dem Dach hast du nicht. Auf dem Dach oder was? Ja, aber doch ein paar. Was das Problem ist, ich hab's nicht richtig gerafft, was da geht. Ab die Markus, hol dich wieder. Nice. Eine gute Aktion, Niesmann. Das war mal ne gute Aktion. Das gefällt mir. So gefällt mir das bei dir. Ey, was geht denn hier ab? Da sind Mopis hier. Alter, das kann nicht wahr. Da sind nicht raus aus dem Panzer, nicht einer. Kotnascher, ey. So. Da haben wir die Kiste jedenfalls geholt, ey. Oh, wie geil war das denn? Noch cooler wär's gewesen, hätte ich die gekriegt. Ich glaub, die hätten sich den Arsch gebissen. Sehr schön. Wir waren jedenfalls gewonnen. Wir haben eine sehr schöne Aufnahme. Ja, war okay gewesen. Die Länge geht jedenfalls, ne? Ach, 24. Ah, 17, 14, nicht so gut diesmal. Edzone war besser. 47, 11 kenn ich. Das ist in so'n Wasser. Super. Echt Kölsch Wasser, ja. Ja. Jetzt kennen nur Ansätze gewesen. Ja, da klingelt unser Beutel wieder. Schön Werbung machen. Jo. Das ist so genannte In-Game-Werbung. Echt? So einblenden jetzt. Echt Kölsch Wasser, ja gut. Ich möchte jetzt auch gerne, dass du Nutella einblendest. Nee, jetzt ganz vergessen. Hast du das drauf? So, also vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Schöne zwei Runden. Sollen wir sehen uns in der nächsten Folge, was wir dann machen. Sehen wir dann, ne? Spontane Entscheidungen. Ja, und dann danke ich euch beiden schon mal, euch drei einig. Ich muss dir danken, Markus. Ja, das ist natürlich, vielen Dank auch mir selber, ne? Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis dann, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020